Schon einmal Lust auf Blei gehabt? Fangen wir doch ganz am Anfang an. Blei ist ein Gift und sehr gefährlich. Es kann das Nervensystem schädigen, die Blutbildung und die Intelligenzentwicklung stören. Aber das wussten Sie sicherlich schon. Genauso wissen Sie, dass die Bleibelastung unter dem Grenzwert bleiben muss. Daher fangen wir jetzt erst gar nicht mit den fatalen rechtlichen Folgen an, die auf Sie als Verarbeiter zukommen können. Also was nun? Ganz einfach, das Blei muss weg. Daher verwendet Sanha Fittings aus einer vollständig bleifreien Kupferlegierung. Diese Legierung nennt man auch Kusi oder auch Siliziumbronze und sie ist genauso zuverlässig, entzinkungsbeständig und preiswert wie herkömmliche Werkstoffe. Nur ist sie nicht giftig. Klingt gut? Ist es auch. Kommen Sie auf uns zu. Sanha. Das passt immer.